Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen Tom, Lena, Kahn und ich das erste Mal Mario Party zusammen. Hello! Habt ihr schon mal Mario Party gespielt? Yes. Ja. Boah, ich glaube tatsächlich das letzte Mal, wo wir bei dir waren, Danja. Oh, das kann sein. Das ist ja schon etwas her, ne? Okay. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Jetzt muss ich, glaube ich, hier drauf drücken. Ja, super vorbereitet. Also, ich bin Peach. Wo ist, ich will so Rosalina, aber ich bin blau. Ja, Leute, also ist ja klar, wen ich aussuche. Ich bin der Star der Show, also wird Mario ausgesucht. Mhm, naja. Sicherlich. Ja, was denn? Ja, also wir feilen jetzt erst mal. Lena und ich sind wunderschöne Prinzessinnen. Absolut, auch in real life. Oh, das sieht ja toll aus. Willst du auf die tropische Insel? Sieht schön aus. Wir haben hier noch Spaceland. Peaches Geburtstagstorte. Das ist natürlich auch sehr schön. Das Horrorland haben wir auch noch. Ich will auf Peaches Geburtstagstorte. Ja, war klar. So, ich würde sagen, zehn Runden. Ja. Dann sind wir circa eine halbe Stunde beschäftigt. Bonus Sterne gibt es natürlich. Ja. Und dann können wir eigentlich loslegen. Alle Minispiele, würde ich sagen. Let's go. Los jetzt. Ach, wie schön. Oh, Super Mario sieht so gut aus. Das ist Peaches Geburtstagstorte. Boah, sieht die gut aus, Mann. Die will ich direkt essen. Aber ich glaube, das wird nix. Ja, ich glaube auch. Guck mal, und Super Mario ist natürlich hier drauf. Donkey Kong auch. Ja, aber so. Warum ist Peach nicht auf Peaches Geburtstagstorte? Ja, weil das doch ihre Torte ist. Ja, hä? Aber da muss doch genau selber drauf sein. Ganz bestimmt nicht. Auf eine Hochzeitstorte packe ich doch auch nicht Abbilder von den Gästen drauf. Ja, aber das ist der Unterschied. Das ist eine Hochzeitstorte. Das ist eine Geburtstagstorte. Vielleicht ist ja auch eine Peachfigur da drin versteckt. Ach so, ja. Das kann sein wie bei dieser Benjamin-Blümchentorte. Warte, stopp. Die Peachfigur spielt doch mit. Ja, ich bin Peach. Ja, also. Hä? Warte, du spielst doch auch mit. Ja, aber trotzdem. Das ist doch jetzt... I don't get you. Ich verstehe ihn auch nicht. Okay. Let's go. Oh, nein. Das ist ja schon wieder voll schief gegangen, Alter. Boah, Mario, der Superstar, direkt eine 5 geliefert. Tom, sehr gut. Ja, ist okay. Es geht ja nur um den ersten Zug. Ja, aber das ist halt die Reihenfolge, die so bleibt, ne? Ja, und? Ist doch nicht schlimm. Wir haben alle die gleichen Chancen. Na dann, Tom, bist du der Erste, der den Weg über den Waffelweg geht? Das war bestimmt das letzte Mal, wo ich so eine hohe Zahl würfel. Jetzt kommt nur noch 1, 2, 3. Gefühlt. Wahrscheinlich. Wer kennt's? Ich kenn's immer. Aber kennt ihr euch mit der Map aus? Nö. Ja, aber ich muss sagen, ich spiel sie viel zu selten. Ich kenn mich mit der Map aus. Ja, toll. Lena und Tom sind voll so die Profis einfach. Und wir beide sitzen ja da, die letzten Deppen. Ach ja. Können wir jetzt mal starten? Was ist das denn? Ja, das ist halt eine Mario-Party. So, let's go. Und würfel mal los. Das geht direkt gut los. Ja, Alter, ich glaub, das... Ja, das geht richtig gut los. Das geht sehr gut los. Ja, also es geht darum, Münzen zu sammeln und mit den Münzen dann Sterne zu kaufen. Wer die meisten Sterne kriegt... Da, hab ich's nicht gesagt? Guck mal, dann. Oh, sehr gut. Hab ich's nicht gesagt? Guck mal. Aber direkt auf einem Glücksfeld, hä? Aber hier ein Glücksfeld. Hä, voll gut. Wie war's? Lena kriegt direkt Cash einfach. Cash in the cash. Cash in the cash. Cash in the cash. Kahn dran. So, let's go. Mario, du darfst mich nicht enttäuschen. Eine 6. Yes! Oh, nein, Alter. Weißt du, das ist es. Ja? Und dann noch ein Glücksfeld. Ja, normal. Ja, na logisch. Jetzt kriegt er noch einen Doppelwürfel wahrscheinlich. Nee, auch 7. Aber 7 Münzen. Aber 7 Münzen sind halt auch einfach strong, ne? Ja, und ich bin weit vorne. Okay, jetzt kommt die rosa Zaubermaus. Let's go. Die rosa Zaubermaus. Willst du zu mir kommen? Nein, nein, natürlich nicht. Hey, nein! Ja, ich weiß nur nicht, ob das so gut ist. Ich weiß ja nicht, was... Ich glaube, das war blaues Feld. Ah, doch, okay. Gut, blaues Feld ist auch noch okay. Wir sind drei Münzen. So, das erste Minispiel. Let's go, erstes Minispiel. Ja, alle gegen mich. Das gefällt mir jetzt schon. Sehr schön. Gefällt mir. 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 Oh, nee, das wird viel Gedrücker jetzt. Stimmt, du musst mit Drücken, ja. Ich kenn die Spiele gar nicht. Rotieren, das ist ja noch schlimmer. Rotieren, oh Gott. Achso, Routinen. Okay, nochmal. Ja, also wir müssen quasi alle so... Komm schon! ...drehen. Okay, können wir, glaube ich, anfangen, ne? Ja, wissen, wie es geht. Ja, guck mal, wie wir jetzt schon verlieren. Ja, weil ihr das nicht macht. Ja, ihr müsst doch einfach mal loslegen. Let's go. Gott, Gott. Den linken oder den rechten Stick? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich spiele nur mit einem Controller. Hey, Leute, hallo. Könntet ihr mal mit haben? Komm schon, let's go. Ich fisch euer Ernst. Let's go. Was habt ihr denn gemacht? Ich hab mit beiden gedreht. Oh, ja, toll. Ja, das Problem ist, Tom ist wieder der Einzige, der dieses Spiel kennt. Ja, natürlich. Ja, aber ist doch so. Jetzt schon wieder am Ausreden suchen. Hier, Karn, guck mal, das bist du. Das ist doch nicht schlimm, ich führe immer noch. Nein, doch fühlt hier, also so richtig fühlen tut ja keiner, ne? Ja, also wir haben jetzt 17 Sterne fast alle. Äh, 17 Münzen, sorry. 17 Sterne. 17 Sterne wäre ja auch ein bisschen schlimm. Ja, Münzen, oh ja, entspannt euch. Ja, jetzt nicht mehr, Karn. Ach, ich bin hier noch dran. Okay, Lena, let's go. Ja, komm. Das wird heute nichts mehr. Stopp. Aber, aber. Ereignisfeld. Oh, eine Erdbeerpflanze, ja, das wollen wir, was auch immer das bringt. Oh, kommt da drauf. Ihr könnt gerne da drauf kommen, ist kein Problem. Kuch. Das ist irgendwie keine Erdbeerpflanze. Ich begrüße euch sehr, wenn ihr auf dieses Feld kommt. So bekommt Lena sozusagen, oder Rosalina bekommt da Münzen dann. Ja. Ein Glück sind wir alle schon über dieses Feld hinausgelaufen. Oh, schon wieder ein Hütze hin! Ey, das ist doch echt nicht dein Ernst, oder? Oh, schon wieder ein Glücksfeld! Let's go! Nein! Was ist denn hier los? Und wieder sieben Münzen! Alter! Ich hab ja gleich schon gewonnen. Du hast gar nichts dazu gewonnen. Mal abwarten. Doch! Ich bin gleich schon am Ziel. Ja, top, drei Felder. Sehr gut. Let's go. Ist das Spiel dann vorbei eigentlich? Ja. Nein. Nein. Beim ersten Stern ist vorbei. Direkt nach dem ersten Stern ist Ende Gelände, alles vorbei. Nein, natürlich nicht, Karn. Hä, wieso? Doch, muss doch. Sag mal, Karn, wie oft hast du das Spiel schon gespielt? Ist nach zehn Runden vorbei, Karn. Okay. Let's go, alle gegen alle. Sehr gut. Drucker Presse. Drucker Presse. What is that? Oh, weiß ich nicht, ob mir der Name gefällt. Ach, das. Oh, ich kenn das. Ja, 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 ja. Oh, okay, wir müssen uns da drunter bewegen. That is simple. Okay. Okay. Simple as that. Ich verstehe. That is simple. Also, wir dürfen... Ja, das nimmst du jetzt. Es ist eigentlich simpel. Nur, wie gut ich bin, das ist die andere Frage. Ja, das ist es, dass du hier mal bist, ja, die Frage. So. Ui. Und tschüss. Was, dann hat sich jetzt direkt schon erwischt, Tom? Das ist natürlich stark. Er hat falsch gedacht. Oh, ich aber auch. Oh, jetzt hat auch noch Kahn gewonnen. Nein. Ich hatte mich verguckt. Naja. Und wer hat gewonnen? Es ist Super Mario. Super Mario. Woohoo. Oh, das nervt mich so enorm, dass keiner schon wieder auf dem ersten Platz ist. Here we go. Kann man bitte jemanden den Stern verschieben oder so? Das geht bei der Werder nicht. Das geht nicht. Der bleibt immer da. Oh, das kann nicht sein. Ja, juhu. Ich weine einfach nur. Ich auch. Dann wein mich nicht nur. Also, sorry, also ihr mit euren Erdbeerpflanzen da die ganze Zeit. Ja, ich hoffe nur, läuft dann frei. Nur so könnt ihr wieder klauen, ne? Ihr wollt wieder klauen. Ja, ich würd gern. Ey, komm, jetzt will ich auch mal ein bisschen Glück haben, bitte. Wann kann ich denn einen Stern kaufen? Oh, okay. Hoffentlich gar nicht. Wenn du auf dem Feld landest, kannst du den kaufen. Schön. Pflanzt du jetzt schon wieder so eine Pflanze an? Oh, schon wieder, oder was? Will ich das? Aber ich brauche eigentlich nie. Ich brauche. Du brauchst auch ein paar Münzen. Ja, deswegen. Deswegen hab ich diesmal behalten. Ich bin schon wieder voll am Ablosen. Der Star ist am Zug. Oh, kannst du aufhören, dich so zu nennen? Das ist echt unangenehm. Fünf. Komm, ist stabil. Ist stabil? Nein, ich will das nicht. Jetzt musst du nach unten drücken. Nein, danke. Ich muss einmal. Oh, nein. Let's go. Egal, es ist noch nichts verloren. Ja, wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, wir sind erst in Runde drei. Das kann sich ja alles noch. Das Blatt kann sich ja genau. Sehr gut. Hervorragend. Ausgezeichnet möchte ich mal sagen. Gut, dass ich so schnell vorankomme. Aber denk dran, du brauchst aber auch Münzen. Sonst schaffst du den Dingens nicht. Oh, schön. Ich krieg Münzen. Hä? Voll die süße Maus. Weil es meine eigene ist. Oh, okay. Okay. Ich muss gewinnen. Goomba-Zählung. Okay, okay. Oh. Kratzen. Kratzen. Oh, nee. Ist das das Eislauf? Oh, nee. Oh, ja. Das ist das Eislauf. Das ist richtig schlimm, das Spiel. Hä? Aber guck mal. Bei mir passiert gar nichts. Du musst auf A drücken. Ach so, Entschuldigung. Ja, okay. Ich verstehe. Warum habe ich dir das nur gesagt? Ich hätte dir das einfach nicht sagen können. Ja. So. Kahn, kannst du jetzt mal bitte auf Start drücken? Ja, ich muss aber noch üben. Nein, du musst gar nichts üben. Jetzt rück einfach auf Start. Jetzt mach hier keine Wissenschaft draus, das Mini spielt. Oh mein Gott, ich dachte, da kommen noch irgendwie sowas wie 3, 2, 1 oder so. Nee, jetzt geht er voll straight los. Oh Gott, das ist ja schlimm. Oh nein, ey. Warum ist das so schwer, Mann? Oh Gott. Trust me, Daniel, I feel your pain. Ich fall hier hinten über aus der Kurve raus. Ich weiß auch nicht, warum. Und warum macht Kahn das jetzt so gut? Mann. Let's go. Tom, was ist los? Hä? Tom. Ja, komm. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich will das alles nicht mehr. Wollt ihr hollen? Ja. Dann hast du auch einfach Spielglück, wenn man innen startet, sind wir mal ehrlich. Ja, natürlich. Klar, würde ich jetzt auch sagen. Ja, ist ja auch so. Unverändert auf dem ersten Platz. Ja. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Ja. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel jedes Mal. Oh, eine Führer, klasse. Super, Tom. Danke. Könnte ich ausrasten, ey. Guck mal, ein versteckter Block. Ich hoffe, da ist ein Stern drin. Ich hoffe auch, da ist ein Stern drin. Ich hoffe auch, dass es ist. Oh, schade, es sind nur Münzen. Was ist denn der Stern eigentlich? 20 Münzen. 20 Münzen. Ich könnte es mir noch nicht mal leisten. Blödsinn. Blödsinn, meine Ruhezahl. Ja, klar. Oh, Salina. Jetzt ging es mal ein bisschen voran. Ja, jetzt kam ich mal ein bisschen vorwärts, ne? Ach. Let's go. Sag mal. Ey, Alter. Zappalo, was hast du denn da hingestellt? Was kann ich jetzt hier machen? Items kaufen. Steht doch da. Was kann ich denn mit so einem Pechwürfel machen? Ja, find's heraus. Ach, seid jetzt mal nicht so. Jetzt mach. Nö, wir sind jetzt genau so. Ja, ich kaufe mir einen Pilz, komm. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen kann, aber ich kaufe mir jetzt einen Pilz. Ah, plus fünf. Okay. Super. So, ich hoffe, du ziehst jetzt direkt den... So, Tom, wir hoffen, bitte. Ich hoffe, du ziehst direkt den Bauste. Ich auch. Bitte. Was ist das denn jetzt hier? Ja, wähl mal einen Blutensamen aus. Und bitte wähl den richtigen aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich verstehe es nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein. Guckt euch das mal an. Immerhin. Mann. Oh, es kann doch nicht sein, ey. Ich will nicht mehr. Daniel, ich will jetzt schon nicht mehr, ne? Burses. Burses, genau. Na, let's go. Jetzt noch Münzen verlieren. Ich hab doch schon keine. Was wollt ihr von mir? Oh, sehr gut. Drei Münzen direkt. Na, super. Jetzt müssen wir auch noch Münzen setzen. Ich hab doch gar keine Münzen zum Setzen. Du hast 18. Ja, das ist nicht genug. Ja, ist okay. Ich will nicht mehr. Achso, wir setzen alle sieben Münzen, okay. Ich will nicht mehr, ne? Auch 28 Münzen kann man jetzt gewinnen. Ich will wirklich nicht mehr. Na, super. Aus, kabuff. Klingt ja auch. Ist das, ich glaub, ich weiß, ist das das mit dem, ja, das ist das. Oh, nee, ja, ja, ja. Let's go. Hä, was? Jetzt muss man sich hier alles merken. Oh, ich kann das nicht. Oh, mein Gott. Ich kann nur hoffen, dass ihr es auch nicht könnt. Das wird jetzt schwierig. Okay. Okay. Okay, wie kann ich die denn jetzt aussuchen? Achso. Hä? Huch. Hä? Achso. Das war nur, damit wir sehen, wo das hin muss. Ey, kann ich das mal ablegen? Hä? Was war das denn jetzt? Oh, mein Gott. Raste dann, ja. Oh, ich raste echt aus, Mann. Hä? Nein, warum bin ich, nein, warum bin ich, oh, ich kann nicht mehr, ich kann das alles alles nie mehr mit euch. Oh, nee. Habt ihr euch das wirklich alles gemerkt? Ja. Also, Karin hat mit Sicherheit ein Foto gemacht, aber. Ich hab ein Foto gemacht. Ich bin ja nicht dein Ernst, du. Ich hab das alles aus dem Kopf, Junge. Ich hab das auch aus dem Kopf gemacht. Ich glaub's ja nicht, was für eine. Also, ich hab's auch fotografiert. Ich auch. Was seid ihr denn für welche? Du hast es nicht mal hingekriegt, Danja. Hä, warum bist du dein Erster geworden? Ja, aber ich fett gespielt hat. Ich hab dann ja nicht dein Ernst. Ja, aber bei mir hat das auch nicht richtig funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich am schnellsten konnte das nicht ordentlich abliegen. Nö, ich hab, wir haben doch auch ein paar Münzen bekommen. Oh, Danja. Nee, ich hab keine Münzen bekommen, ich hab nur sieben verloren. Oh. Also, ich glaub, ich hab meinen Einsatz zurückbekommen, ich bin mir aber nicht sicher. Tanja. Ich pflanze jetzt in der Erdbeerpflanze. Du machst ein Foto und ... Danja, hätte ich von dir nicht gedacht, dass du auch ein Foto machst. Es hat bei mir nicht richtig funktioniert. Also, ich hab quasi ... Ja, zu Recht. Ich wollte das immer da reinlegen, aber es hat sich nicht abgelegt. Ah. Brauchte voll lange. Und was war gut? Ich nehm hier alles. Ich muss das sofort, das kann ein Foto machen. Ah. Ja, das ist so zu klar. Super. Mein Handy gerade hier. Oh, ich bin da voll schlecht. Nicht sowas. Nicht sowas, Mann. Das kann nicht sein. Ich kann ... Jetzt kann ich auch gar nicht. Ich treff keinen. Ich treff keinen. Oh, ich bin so schlecht. Also, hier bin ich echt schlecht, muss ich sagen. Oh, super. Das wird richtig toll. Das wird nix, Leute. Also, ich glaub, hier werde ich sowieso verlieren. Bye-bye Sterne. Mhm. Na genau. Das wird richtig gut jetzt. Ja, sehr gut. Ihr habt doch getroffen. Was wollt ihr denn? Mann. Hilfe. Ich hasse sowas mit so ... Ball wegschießen und so. Furchtbar. Die kommen bei einem auch alle nicht gleich, ne? Das ist das Schlimme. Oh, das ist furchtbar. Sag mal, warum bin ich denn hier schon wieder voll am Ablösen? Ich bin gerade am Ablösen. Entspann dich. Ja. Dann kannst du auch mal Partie machen. Oh, ich bin so schlecht. Nein. Ich kann nie mehr. Ich will nicht mehr. Tom, bitte. Bitte schlag keinen mehr, Tom, okay? Bitte keinen Eifling mehr treffen. Let's go! Darf das nicht wahr sein? Und wer ist schon wieder geworden? Ey, was ist das denn? Das ist doch falsch. Wahoo. Das ist doch falsch. Damsel in Distress gerade, ey. Ey, ich bin so gut. Ich bin so gut. Gratulation an mich. Tom, was ist eigentlich los heute? Also, so ein bisschen ist schon... So gut bist du ja gar nicht. Ja. Aber Tom hat der Glück gehabt. Hat der Glück gehabt. Du musst dich auch mal gewinnen lassen. Ich spamm euch jetzt hier zu. Du bist ein toller Fußballstar, Tom. Danke. Ich spamm euch so zu. Weil wenn Karl mal nicht gewinnt, dann holt der uns die ganze Zeit die Ohren voll. Ja, natürlich. So wie nach Mario Kart immer. Tom, kannst du mir das mal beibringen? Du bist so gut. Alles ist ungefähr. Ja. Komm, was jetzt? Komm, was jetzt? Ich sehe nichts. Mein Controller geht immer aus. Aber eigentlich bin ich nur schlecht. Tom ist gerade richtig sauer. Tom ist gerade richtig sauer. Aber ich erinnere mich noch, als Karl das letzte Mal Mario Party gespielt hat. Da hat er... Da war er kurz davor, hier den Joystick einfach wegzuwerfen. Ja, das stimmt. Was ist denn seitdem passiert? Wirklich? Ich glaube, ich habe das zu früh angekündigt, dass wir Mario Party spielen. Und dann habe ich alles so hingesetzt und gedacht, so. Oh, let's go. Plus fünf. Oh, let's go. Ja, wofür kriegst du denn jetzt zehn Münzen? Wofür kriegst du jetzt zehn Münzen? Ja, aber die werden mir jetzt ja gleich geklaut. Mann. Ich will's hoffen. Ich glaube ich Lenas Pflanze. Ja, toll. Ja, guck, nur sowas könnt ihr. Nur sowas. Minus acht? Ja. Kannst mal schön abdrücken. Ich gönn dir das, Lena. Jeden Cent davon gönn ich dir. Was? Ich gönn's mir grad selbst. Elf. Einfach elf. Oh nein, jetzt lauf ich am Stern vorbei und ich hab nicht genug Münzen. Nein. Nein. Oh, Daniel, nein. Das tut mir jetzt so leid. Das ist so schlimm. Das tut natürlich weh. Also mir gar nicht. Ey, das ist so schlimm. Ja, jetzt auf einmal alle gegen Milch. Gebt jetzt gar gegen Milch. Jetzt aber richtig bitte. Gas geben. Felskoller. Ja, super. Jetzt darf Kahn uns noch mit Steinen bewerfen oder was? Ja, guck mal. Oh, sehr gut. Wie? Das geht doch überhaupt nicht, Mann. Das war schwer. Ach so, wir müssen da hochkommen. Ach so, wir müssen da hochkommen. Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Ich dachte, er darf uns, äh, er darf uns nicht treffen. Aber okay. Gibt es unendlich Felsen? Keine Ahnung, Kahn. Ich werd's dir nicht sagen. Oh, super. Das ist ja schon mal gut losgegangen. Ja, super. Guck mich mal an. Ah! Man ist halt auch so langsam, ey. Ey. Das ist ja gar kein Felsen. Trifft einfach. Das kann ich sein. Ja, wow. Komm, Dania, komm. Felix ist einer von uns. Nicht auf einem Haufen laufen. Lena, nach vorne. Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh! Schon wieder gewonnen. Oh Mann, aber das ist auch viel zu schwer. Das ist viel zu schwer. Ja, das ist viel zu schwer. Ach Mann. Ja, wenn nicht mal Tom da hochgekommen ist. Was soll ich denn mit diesen ganzen Münzen machen, Mann? Ich schalte dich gleich stumm. Elly, du kannst ja die Haare schmieren, deine blöden Münzen. Geld ist nicht alles, okay? Freundschaft. Ich bin so gut. Ey, das ist krass. Du musst drücken, Tom, glaube ich. Richtig viel Spaß, Elly. Gratulation an mich. Boah, Dania, du bist ja auch richtig gut. Hast du überhaupt schon gespielt heute? Ja, doch einfach die Klappe. Warum musst du noch nachtreten? Was ist das für ein Charakter, wenn du auf jemanden, der am Boden trittst, noch nachtrittst? Aber du kriegst jetzt, glaube ich, Hilfe. Ist das nicht jemand? Du bist es. Aber du kriegst Hilfe dann. Was, Peach? Normal. Krieg ich jetzt was geschenkt? Ich bin die Letzte. Das ist jetzt ein paar Münzen. Was ist das denn? Warum bekommst du denn jetzt was geschenkt? Warpwürfel. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, toll. Obwohl ich mir jetzt echt was Schöneres erhofft hätte. Ja, das ist schon nicht so gut eigentlich. Aber Gratulation. Oh nee, jetzt geht das wieder los. Dieses, oh, nenne ich diese Felder. Das mag ich nicht. Ja, wir kämpfen weiter, Todd. Wir kämpfen weiter. Leider. Oh, eine Zehn. Oh, ich bin so gut. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich würde mir wünschen, dass du an Khan vorbeikommst und ihm einfach mit deiner Donkey Kong faust. Einmal so. Einmal einfach. Eine rüber ziehst. Ja. Wirklich. So richtig mit Schmackes. Was hast du dir gekauft? Einen Dreifachwürfel. Oh, ein Dreifachwürfel. Okay. Mit der Kaffelt man immer sehr zuverlässig drei niedrige Zahlen. Mhm. Und jetzt komme ich wahrscheinlich auch noch in dieses Bowser-Ding. Boah, das wäre super. Vielleicht ist auch ein Stern drin. Wahrscheinlich ein Stern. Ja, das war so klar. Oh nein. Natürlich. Natürlich kriegst du die Bowser-Pflanze. Tut mir leid, Thomas. Hat dich leider erwischt. Ach, alles gut. Ich hätte es mir für Khan so sehr gewünscht. Ich habe ja zum Geh jetzt gerade wenig Münzen. Dann tut es nicht so weh. Heißt das... Was heißt das denn jetzt? Meine Runde ist jetzt kürzer, aber ich habe auch ein paar Hindernisse im Weg. Okay. Könnt ihr den Stern, Lena? Er ist für uns. Ich hoffe, du nennst ihn nach mir. Ja, er ist für uns, Süße. Das ist unser Stern. Es ist unser Stern. Ich teile ihn mit dir. Dank. Könnt ihr damit aufhören? Das ist ja... Ja, Khan. Wir müssen ja auch mal irgendwie einen Gegenpult zu dir schaffen. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Die wollte ich nicht wegschaffen. Schon okay. Es ist ja nicht so, dass ich nicht eh schon am Boden liege und eh alle auf mich eintreten. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Danja, aber du bist auch selber dran schuld. Ja, ich habe jetzt jedes Minispiel verloren. Das ist ja gut. Du musst es mir nicht noch einreiben. Drei. Okay. Boah, ich glaube, das ist meins. Hä? Hier ist noch nichts. Oh nein, das kann doch nicht sein. Du hast... Oh, die Münzen von Khan hätten jetzt so gut geschmeckt, ne? Boah, was holt der denn da für ein Giganto raus? Alter, was ist das denn? Yo. Das ist wie eine Propoli, wenn man sich bei der Schlossallee ein Hotel kaufen kann. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wie viele Runden noch? Ich will da nicht dran vorbei, ne? Einen Stern. Boah. Die klaut einen Stern. Ich schwöre, ich kriege... Also, wenn ich jetzt nochmal eine Runde rumkommen sollte, dann kriege ich wahrscheinlich noch so einen Stern und den klaut mir dann noch die Pflanze von Khan. Haha. Das kann durchaus sein. Safe. Das kann durchaus sein. Oh, dann ja. Im Grunde genommen entscheidest du jetzt gleich für uns beide, ne? Hoffen wir an Pechwürfel und gib den Khan. Das ist ne gute Idee. Ich hab ja eh kein Geld. Hallo, ich bin doch auf dem ersten Platz. Also... Ich hab leider nicht genug Münzen. Was? Ey Tom, du bist einfach auf dem dritten Platz. Hä? Warum bist du so schlecht? Boah Khan, sei einfach leise. Tom? Sei doch einfach leise. Komm. Nur weil du einmal Glück hast. Tom. Ich nehm den kleinsten Blumensamen. Tom, bist du noch im Discord? Ich glaub, Tom ist rausgegangen. Ja, würde ich auch am liebsten. Ich save die Spowser-Pflanze jetzt. Ja, Tom. Ja, Tom. Normal krieg ich noch die Spowser-Pflanze. Das Spiel will grad so sehr, dass Khan gewinnt. Das ist unfassbar. Es ist so schlimm einfach. Oh, Daniel, ich hab schon wieder... Also deine Einstellung bei OBS hat mir gar nichts gebracht. Oh, schade. Let's go, Daniel. Oh, nee, jetzt muss ich auch noch mit Khan. Oh, toll, jetzt muss ich mit Lena spielen, oder was? Oh, Gott, das ist das Schlimmste. Das ist echt straflich. Kuchenfabrik. Oh. Tom, wir schaffen das schon. Oh, nee, Kuchenfabrik ist furchtbar. Ich erinnere mich. Was ist das denn? Was müssen wir denn machen? Oh Gott, das ist ja so ein Timing-Miss. Ja. Oh, okay, okay. Also ich muss dann immer die Erdbeere draufsetzen und du holst die Torte ab. Okay. Das ist ganz schön schwierig, muss ich sagen. Boah, das ist echt nicht einfach. Ich muss immer ein gutes Stückchen vorher drücken. Ja, okay, Lena, streng dich einfach ein bisschen an. Ja, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Tom, das wird ganz traurig werden jetzt. Oh Gott. Okay, hier. Jetzt mach! Ja, Mann! Oh Gott, oh Gott. Tom, es tut mir so leid. Alles gut. Oh, Lena, los jetzt. Gearde Milieu auf. Oh Gott. Ich heule. Oh nein. Okay. Oh jetzt wir sind ja jetzt was schneller. Oh Gott, okay. Hau drauf, Tom. T möchte ich. Thomas, los! Ja, mach! Och Mann. Ja, let's go! Oh mein Gott, die haben doch gewonnen! Nöööööööööööööööööööö Okay, ist okay, okay, ist okay. Einmal können sie doch gewinnen. Komm und die sind auf dem dritten und vierten Platz. Ja,毛 und Kam, kein Glück gewinnt doch. Ja, weil ich, guck mal, ich hab das ja nicht alleine gemacht. Sehr gut. Ich hab einfach trotzdem keine Lust. Also ich weiß jetzt trotzdem immer noch nicht, ob euch das wirklich ganz viel hilft oder... Ja, ich krieg einfach den Opferstern am Ende. Toll, ich verliere meine 10 Münzen jetzt eher in Bowser. Ja. Oh Gott. Ach, muss man die immer ausgeben? Ah, der zieht mich jetzt ab. Der scammt mich jetzt. Ja, safe. Wie, du hast dich genutzt. Was bekommst du dafür? Nichts. Oder so ein Pechwürfel oder so, ja. Naja, großartig. Schönes Geschenk. Boah, sehr gut. So ein Scammer, Alter. Ja, klar. Natürlich. Sehr gut. Tom, dich hat's aber heute auch erwischt, ne? Oh Gott. Ja, alles klar. Also, boah, du kriegst definitiv den Pechstern, glaub ich. Wenn's einen gibt, das ist ja immer noch die Frage. Wenn's einen gibt, ich weiß es nicht. Komm schon, ich erhalte 100 Sterne. Ja, natürlich geb ich. Ja, ich hab zumindest keine Müsse. Ich hab da tatsächlich mal in irgendeiner Runde, äh, das Ding gekriegt. Hast du die 100 Sterne gekriegt? Ne, 999. Aber dann sagt der, haha, die kriegst du nicht und dann kriegt man gar keine. Ja, das ist richtig schlimm einfach. Ach, Mann. Die Runde gefällt mir nicht, muss ich sagen. Ja, auch nicht. Das ist echt ein bisschen schlimm alles. Wollen wir nicht einfach mal einen technischen Fehler untermogeln und neu starten? Nee, ich gebe lieber den. Ja, ich denk auch, dass wir das machen. Huch, bei mir hat's gar nicht aufgenommen. Opsala. Wie konnte das so passieren? Aber bei mir dafür schon. Ach. Ist, glaub ich, auch nicht schlimm, wenn bei dir das ein bisschen rumspinnt. Ganz kurz, ich bekomme aber nur einen Stern, wenn ihr auf diesen Ereignisfeldern landet, ne? Ja. Ah, okay. Schade. Und bei einer Sache kannst du sicher sein, ich werde definitiv nicht auf dieses Ereignisfeld einziehen. Weil ich werde in diesen nächsten drei Runden ja nicht runterkommen. Ja, sehr gut. Jetzt zieht Bowser mich auch noch ab. Richtig. Aber du kommst wenigstens nicht mehr aufs Bowserfeld. Sicher? Ist das weg? Ja, du standst ja einen vor mir. Ach so, okay. Also du hast ja gar keine Münzen mehr. Echt? Das ist ja echt krass. Komm, du auch nicht. Mann, Kahn, das ist ja echt verrückt. Das ist ja ein Ding, dass ich auf null Höhe stehe. Das ist ja wirklich super. Also das ist ja wie am Anfang, ne? Das würdest du von vorne starten. Ja, da hat man zehn Münzen. Ach nee, Danja. Hä, warum kommst du dann dahin? Keine Ahnung. Ey, komm, nach so viel Pech gönn ihr das? Kannst du mir doch ruhig auch mal gönnen, würde ich gerade sagen. Aber du hast leider keine 20 Münzen, Danja. Guck mal, wie viele Items du schon hast. Schau dir das mal bitte an. Ja, wie viel Geld habe ich dafür ausgegeben? 15 Münzen für diesen blöden Pechwürfel. Die ich nicht mal dir geben kann. Jetzt kriege ich wahrscheinlich ganz schön spießig. Was ist das? Was ist das? Irgendwas mit aufspießen. Was ist das denn? Hä? Oh Gott. Was? Ah! Um Himmels Willen. Ah, okay, okay. Ah. Okay. Das ist aber... Es ist ein Denkspiel. Das auch noch. Ah, okay. Tom, du steuerst das. Also, Tom, denk dran, ne? Wer hat gerade mit dir das Spiel gewonnen? Boah, das ist... Ja, aber da hast du doch safe gewonnen. Also hier wird safe Tom gewinnen. Ja, das ist wirklich so. Das ist so schwer, Alter. Das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Hilfe. Nein! Hä? Ich war doch da. Lena. Nein, ich wollte... Oh ja, aber... Sorry, das ist ja von OP das Spiel. Das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Also... Aber diese Eins-gegen-drei-Dinger sind halt auch einfach immer ein Safe-Call, ne? Die sind meistens 7 Millionen. Ja, ja. Meins war jetzt nicht so einfach. Bestimmt nicht. Das war bestimmt super schwer. Aber ich seh schon, komm, guck mal, ich bin wieder die ganze Zeit Erster und in der letzten Runde werd ich wahrscheinlich hier auch... Ja, bestimmt, Karl. Besser wär's. Bestimmt. Ich werd dich gleich noch vom Thron schubsen. Pass nur auf, du. Hä, was? Oh, sehr gut. Danke, Tom. Das macht mich glücklich. Das ist... Dafür feier ich dich. Schön. Das ist gut. Ich hoffe, ich würfel eine 1 oder 2, wenn du das so weit fällst. Ich muss jetzt sehr, sehr niedrig würfeln. Komm schon. Ja, das ist okay. Im Glücksfeld wär besser gewesen. Ich bin so sorry. Ja, ich hätte halt auch gern mal Münzen bekommen auf dem Glücksfeld oder so. Ach ja, ihr seid ja gleich bei den Sternen, ne? Ja. Das ist ja das Problem und ich habe null Münzen. Ich hätte doch lieber den einnehmen sollen. Ja, sehr gut. So ein Mist. Ja, okay, jetzt hab ich aber den Pechwürfel. Ja, toll. War klar. Sehr gut. Endlich mal ein paar Münzen. Von Kahn schmecken die Münzen einfach noch besser, muss ich sagen. Wie viel gibt's? Sieben, ne? Sieben, glaub ich. Schmeckt mir neun sogar. Ja, schön. Ja, das hat... Das war... Guck mal. Guck mal. Ich hab die Münzen nicht bekommen und es schmeckt mir auch. Oh, richtig gut. Das hat richtig gut getan, muss ich sagen. Also da muss ich wirklich sagen, das war echt mal was Schönes. Ich werde jetzt aber... Nee, ich will eigentlich sehr niedrig würfeln. Kannst Kahn doch auch sonst nochmal einen Pechwürfel geben. Ich würde gerne niedrig würfeln, damit ich nicht beim Stern lande. Ja, gut. Komm, am besten jetzt ne Drei. Ach, schade. Schade. Oh nein. Oh nein. Oh nein, was ich jetzt kämpf? Ich kämpf. Tanja, was hast du getan? Was hast du gegeneinander kämpfen? Oh nein. Ey, I'm so sorry. Oh nein, Jan. Ey, dieses Spiel kann manchmal echt gemein sein. Wirklich. Komm, Tom, alles oder nicht. Alles oder nicht. Oh Gott. Ey, ihr seid echt. Ich hab ihn verloren. Mir ist alles egal. Mir ist alles egal. Mir ist alles egal. Dir ist alles jetzt egal. Hauptsache. Also, ich sag mal so, ich hätte auch nicht gedacht, dass Tom in diesem Spiel so weit unten ist und jetzt so um den letzten Platz kämpft. Was ist das denn hier? Ich kämpfe überhaupt nicht um den letzten Platz. Ah, ihr müsst das ansehen, das ist so ein Quark hier. Ja, dafür muss ich ihn aber erstmal bekommen. Ach, nee. Ja, gut. Das ist ja so ein gutes Spiel. Okay. Let's go. Das war eine ganz schwierige Geschichte. So Denkspiele, das packe ich jetzt nicht mehr, ne? Ach, müsst ihr das drehen? Nein, das dreht sich von alleine. Selber, das ist ja das Problem. Oh, Alter. Jetzt habt ihr euch getrennt. Nein. Ja, gut. Danja, Danja, weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Ja, gut, das verliere ich. Schaffste. Ja, sehr, sehr gut. Ach Tom, was ist denn da los? Yay. Die Prinzessin hat's geschafft. Ich kann gleich noch einen Stern abnehmen. Also Tom, es tut mir leid. Alles gut. Ähm, deine Münzen schmecken nicht so gut wie die von Kahn, aber ich gönn mir jetzt nach sehr vielen verlorenen Spielen jetzt auch mal den Sieg. Ist alles in Ordnung. Also. Danke. Also, das ist absolut nicht in Ordnung. Tom ist gerade sowas von am Boden, das wisst ihr gar nicht. Der tut gerade so, als wäre alles okay. Ach. Oh, nee. Interessante These. Okay, sorry Lena. Du wirst uns jetzt wahrscheinlich abziehen. Das ist okay. Komm schon, Tor. Nee. Hauptsache, nee. Ich kann. Wellenschlag ist auch schwierig als Dreierteam. Ach, Lena macht Wellen und wir dürfen nicht rausfallen, oder was? Ja, genau. Achso, wir müssen dann so da ausweichen. Okay. Okay, verstehe. Ah, okay. Achso, fällt man raus, oder hat man kein Leben mehr? Nee, man fällt dann irgendwann raus. Also, die treibt einen immer weiter nach außen quasi. Boah, alter Lena, kennst du direkt keine Chills? Ja, toll. Na, super. Eine Welle hat bei mir ausgereicht, klasse. Ja. Es ist, äh, ja. Let's go. Okay, Kahn zieht durch. Oh, jetzt, ja, schwierig. Oh, ja. Oh, was? Oh, schade. Es ist so schwer, ne? Diese 3 gegen 1, also ... Waren das 30 Sekunden? Ich weiß es nicht. Aber diese 3 gegen 1 sind so mies schwer. Also, bei Kahn tat's mir wirklich überhaupt nicht leid. Aber bei euch beiden, sorry. Ich glaub ich dir. Sorry, ich musste einfach ... Schau. Das Ding ist ... Leider hat Daniel mir jetzt auch die Chance auf den Stern genommen. Es tut mir leid, aber du hast schon einen, Tom. Ja, aber dann hätte ich zwei gehabt und ich glaub, Kahn kommt nicht mehr dahin. Achso, dann hättest du Kahn ... Achso, ja, da hast du natürlich recht. Es tut mir leid. Naja, alles gut. Vielleicht schaffst du ja jetzt 30, äh, 30 Felder. Bestimmt. Hoffentlich nicht nochmal bei Bowser. Ah, nicht ganz. Eieiei. Okay, aber das ist schon mal nicht schlecht. 18 Felder. Oh, das ist ... Ey, das ist schlimm. Oh, Tom. Schade. Oh, das ist painful. Oh, ja. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich wieder Bowser. Jetzt direkt nochmal ab zu Bowser. Mhm. Sehr gut. Hervorragend. Auf geht's. Also, ich muss sagen, meine Geburtstagstorte ist echt ziemlich mies. Die sieht zwar süß aus, aber die ist echt mit Centfüllung. So mies, ey. Ja, klar. Ja, natürlich. Ey, das ist wirklich hart. Das ist so hart. Oh, nein. Zweimal bei Bowser. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Oh nein, das tut mir so leid, Tom, wirklich. Oh Gott, das tut mir leid. Oh, ist das schlimm. Ist das schlimm. Ist das schlimm. Hey, aber du hast schon mindestens sechs Münzen bekommen. Oh, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Let's go, Lynn. Hau raus. Will ich das oder will ich das? Hä, aber das bringt doch hier gar nicht so viel vielleicht. Ja, aber dann komm ich weiter danach. Ja, aber wenn du jetzt Richtung Bowser wieder musst? Ja, dann bin ich hoffentlich schnell weg. Ja, okay, Sophie hat das jetzt nicht gebracht. Ja, ich hab nicht so viel Glück, was das angeht. Alles okay. Komm schon auch zu Bowser. Nein, bitte nicht. Bitte nicht zu Bowser. Einfach mal was Schönes, wäre ja auch nicht schlicht. Welche nehmen wir denn? Ach, die hier sagt mir zu. Ich hoffe, das war nicht. Sind drei Stück jetzt Bowser oder was? Ich weiß es nicht mehr. Oh, danke. Sehr gut, Glück gehabt. Danke, danke, danke. Ach so, der Hauptgewinn ist Bowser besuchen, okay. Ja, nice. Das war ja mal. Satz mit ich, das war wohl nix. Das war wohl nix. Oh, hey. Peaches, 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 Peaches. Oh, thank you, my. Oh. Bowser-Mini-Spiel. Bowser-Mini-Spiel. Oh Gott. Hä? Was macht ihr denn? Wir auch? Ja, ja, wir wissen alle. Hallo. Oh nein, ich kann keine Münzen verlieren. Kann bitte jemand verlieren? Nein. Nein. Es tut mir leid. Bitte, ihr hättet es nicht verlieren, Leute. Wirklich. Das tut mir so leid. Ich hab dich so lieb. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Bitte. Oh. Ey, das ist ja furchtbar. Oh nein. Das wird ganz schlimm. Hilfe. Das wird ganz schlimm. Ich seh schon kommen. Ich krieg direkt dieses Ding einfach. Ey, du bist doch Peaches. Du bist doch Peaches. Peaches. Ja, das juckt den hier in dem Fall grad mal überhaupt nicht. Peaches, Peaches, Peaches. Peaches, Peaches, Peaches. Oh Gott. Peaches, Peaches, Peaches. Oh Gott. Mami, ich möchte bitte aus dem Super Mario Land abgeholt werden. Same. Nein. Jetzt kommt noch ein zweiter Wolf. Nein. 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 Oh Gott. Oh nein. Oh. Ach Mann. Ich hoffe jetzt. Lena, es tut mir leid. Ich hoffe einfach nur, dass er dich vor mir getroffen hat. Es tut mir leid. Oh Gott. Wir alle. Ach so. Nein. Ja gut. Oh nein. Das heißt, du kannst dir jetzt keinen Stern kaufen. Oh nein. Oh Mann, Lena. Jetzt ist Kahn einfach erster mit einem Stern in acht Münzen. Ich glaube, es geht los. Janja, I'm so sorry. Lena, I'm so sorry. Warum hast du diese Mehrfachwürfel ausgesucht? Let's go. Jetzt kriegt Kahn selbst noch so einen Stern auf dem Glücksfeld. I'm so sorry. Ja genau. Na genau. Genau. Ja. Ja, aber das bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich hab nicht genügend Sterne. Aber es kommt ja noch ein Minispiel. Ja, aber das muss ich dann auch gewinnen. Nee, du kriegst als Zweiter ja auch fünf Münzen oder so. Ah, okay. Also du müsstest letzter werden, um gar keine Münze zu kriegen. Ja, das passiert wahrscheinlich gleich. Ich will einfach nur noch heulen. Ich will wirklich einfach nur noch heulen. Ich bin zum zweiten Mal hier. Ey, das kann einfach nicht wahr sein. Hey, du bist aber auf dem Glücksfeld jetzt. Ja, super. Was krieg ich jetzt? Den Stern krieg ich dafür auch nicht. Den kannst du noch einsetzen in der letzten Runde. Ja, super. Oh Gott. Jetzt geht's gut. Ja, dann kann ich nochmal den Doppelwürfel einsetzen. Dann kann ich nochmal Bowser besuchen gehen. Super. Danja, wir müssen das jetzt sabotieren. Das weißt du, ne? Ja. Ja, toll. Was soll das denn jetzt heißen? Oh Mann, daneben. Ups, das ist ja echt ärgerlich. Oh, schon wieder rechts. Ja, hört auf damit. Oh nein. Das ist ja ärgerlich. Ja, was soll das denn, Mann? Du misst aber auch. Ich treff das Tor gar nicht. Ey, jetzt hört auf damit. Ich glaub, man kann schon laufen. Sorry, aber so spielt man dieses Spiel nicht. Du hast eben fotografiert. So spielt man das Spiel auch nicht. Guck mal, und ich seh auch gar nichts. Was ist das denn jetzt? Huch. Ich glaub, mein Joy-Con hat einen Drift. Der schießt immer rechts vorbei. Also ist irgendwie ein bisschen... Ja, toll. Ich will nur sagen, wenn vorhin jemand für mich manipuliert hätte, dann hätte ich jetzt einen Stern. Ich will's nur sagen. So. Ah, ist das ärgerlich hier. Oh Mann, ey. Ich treff überhaupt nichts. Ich treff das Tor auch gar nicht. Ey, was... Ja, wow, toll. Oh Mann. Ah, es ist aber auch echt schwer. Jetzt hab ich den Fassen getroffen. Es war so nah. Oh, jetzt mal links. Ah, auch links vorbei. Ach, Mann. Ah, schade. Wow. Ey, ich hab mir wirklich Mühe gegeben, Kahn. Tut mir leid. Mhm. Ja, war wirklich echt zu schwer einfach. Aber Lena hat auch einfach richtig gut gespielt. Da war nichts zu machen. Ja. Es tut mir leid. Was tut dir jetzt leid, Lena? Ist doch gut so. Ich hoffe, du entschuldigst dich nicht dafür. Ja, aber guck mal, Lena kann noch nicht mal von ihrer Kraft aus gewinnen, sondern weil ihr das manipulieren müsst. Warte mal, ich bin ja auf dem ersten Platz, merk ich gerade. Ja, deshalb haben wir das ja gemacht, Lena. Oh Gott. Oh, Chancenfeld. Das ist jetzt das Chancenfeld. Das ist jetzt das Chancenfeld. Das ist jetzt das Chancenfeld. Gucken wir mal. Das ist das jetzt schon wieder. Ja, das kann jetzt das Spiel nochmal komplett auf den Kopf stellen. Boah, Tom. Ey, Tom ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Was kann ich denn dafür, wenn ich da drauf lande? Stell dir vor, Kahn muss jetzt einen Stern an mich abgeben. Das wär der beste Zug ever. Ja, wahrscheinlich wird auch das alles. Das wär, naja, nicht ganz. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll! Oh, du hast ja nur 8 Münzen und die bringen mir auch nichts, weil ich kann ja nicht mehr einen Stern kaufen. Ja, du bist ja nicht mehr da. Oh nein! Warum nicht einen Stern? Aber dankeschön, Tom. Das war schön. Gerne. Immerhin. Immerhin ein bisschen Money. Let's go! Vielleicht kommt ja nochmal jemand, ob das Chancenfeld, wär nicht schlecht. Okay, Lena, let's go. Oh, jetzt wird halt nicht auf das Ereignisfeld da gewürfelt. Oh, bitte nicht, ne? Ich hab's auch gerade gedacht. Nö, ist doch nicht. Sie kommt daran vorbei. Das weiß ich nicht. Doch. Oh nein! Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kriegt Kahn auch noch den Stern von Lena. Ja, aber das ist auch verdient, weil ihr mir den grad geklaut habt. Das darf doch nicht. Wir haben ja keinen Stern geklaut, das wisst ihr. Ja, aber den ersten Platz. Das ist richtig mies. Ich kann mir jetzt keinen Stern kaufen, das ist das Problem, weil ich keine Münzen mehr hab. Ey, ich will nicht mehr, Leute. Das ist doch unfassbar. Ich will nicht mehr. Das kannst du dir auch einfach nicht ausdenken, ne? Ey. Ja, das ist einfach nur verdient. Gar nichts ist verdient, Mann. Doch. Ey, ich hätte nur noch diese Runde jetzt machen müssen, ne? Ich heule. Ich auch. Ist das die letzte Runde? Ja. Ja, das ist die letzte Runde. Ja. Dann schnappt ihr mal einen Würfel, Peach. Ja, ich glaub, was ich machen werde, ist den Platz mit Lena tauschen. Du kannst das ja leider nicht auswählen beim Warp-Würfel. Ach so, ja stimmt. Na super, das finde ich bei Tom. Aber das sind jetzt so sechs Felder bis zum Stern. Das kannst du schaffen. Das kannst du schaffen. Alles gut. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, es ist gut. Oh. Yes. Jetzt müssen wir uns wieder betteln. Um zwei, um ganze zwei Münzen. Oh Mann. Könnt ihr nicht eure Sterne setzen? Das Duell des Lebens, ey. Es fällt aus, weil ich keine Münzen hab. Oh Mann. Das war das armseligste Duell der Welt. Immerhin krieg ich noch Cash, Mann. Immerhin krieg ich noch Cash. Cash, Cash. Okay. Wie armselig ist das? Hä, nochmal alle gegen Lena? Was ist denn los? Let's go. Oh, Hilfe. Ich kann nie mehr. Coca-Cola. Oh, Coca-Cola ist ganz schlimm. Was ist denn das? Das ist für die Einzelperson aber eher schwierig. Ja, das ist für mich... Wie geht das? Du musst einfach diese Stampfattacke mit Doppelklick. Verstehe, okay. Die du aus jedem Mario-Spiel kennst. Du musst aufpassen, du kannst nämlich auch... Du kannst die anderen auch kaputt hauen. So. Ah, okay. Ja, das ist sauschwer für mich. Okay. Aber ist das... Ist das letzte Minischspiel? Ja. Ja. Ey, was ist denn mit meinen... Das ist das letzte. Ehrlich, ich seh gar nicht wo. Ich seh sie gar nicht. Ja, ja. Schade. Also, ich mach das alles random, weil ich seh sie unten nicht. Sehr gut. Okay, sehr gut. Getroffen. Ausgezeichnet. Ja, das war klar. Das ist mal ein Spiel, das ist mal schwer für die Einzelperson. Ja. Ja, das ist wirklich schwer. Naja, gut. Aber jetzt kommen ja noch diese Extra-Sterne, ne? Ja. Ja, Minispiel-Bonus, wenn es den gibt, wird es wahrscheinlich Kahn. Kahn. Vielleicht gibt's auch einfach keinen Mini-Flitzer-Bonus. Den Flitzer-Bonus. Oh, komm schon. Der die meisten Flächen gelaufen ist. Das könnte ich mir vorstellen. Deswegen schicken wir... Bestimmt nicht an mich. Könnte Tom sein. Nein. Bonus-Sterne, dieses Spiel ist doch einfach echt... Es macht keinen Spaß mehr wirklich. Das kann nicht sein. Den krieg aber ich. Oh, Tom. Den krieg ich. Den hab ich mir hart erarbeitet. Könnt ihr Tom. Den hab ich mir richtig hart erarbeitet. Let's go. Let's go. Hä? Und dann gibt's einfach umsonst einen Stern? Hä? Hä, voll gut. Warst du auch zweimal auf dem Bowser-Feld? Sehr gut. Hä? Okay. Daniel, du hast immer noch keinen Stern. Ja, das war's. Doch, ich hab einen Stern. Ach ja, stimmt. Du hast ja einen Stern. Ja, geh, Kahn. So, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ja. Ist ja gut. Wir haben's ja verstanden. Nervensäge. Wer hat gewonnen? Leute, es war von Anfang an klar, dass ich heute eine Mario-Party gewinne. Weil wieder alle gegen mich waren. Ja. Hab ich natürlich gewonnen. Ja, super. Du Armer, du bist richtig der Underdog gewesen. Wirklich. Wenn du mir nicht diesen einen Stern genommen hättest, ne? Ja, aber so ist diese Spiel halt. Was willst du? Ich sag's ja nur. Wir wollen auch mal gewinnen, Mann. Ja, Leute, das war die erste Runde Mario-Party. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass wir das häufiger spielen. Damit Kahn uns häufiger fertig machen kann. Mir hat's trotzdem heute Spaß gemacht mit euch und da bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.